Hallo und willkommen auf meinem Kanal DILDESIGN. Heute geht es mal um typische Anfängerfehler. Ich weiß nicht, ob man es wirklich als Fehler bezeichnen kann, die Anfänger machen. Im Endeffekt ist es ja eine gewisse Unwissenheit. Wir haben ja alle irgendwann mal angefangen und wenn man bestimmte Dinge nicht weiß, kann man sie auch nicht durchführen. Das sind die sogenannten Anfänger, in Anführungszeichen, Fehler. Fehler Nummer 1. Wenn ihr mehrere Ebenen habt und ihr möchtet jetzt zum Beispiel hier auf dieser Ebene jetzt irgendetwas, zum Beispiel mit einem Pinsel oder mit einem Klonwerkzeug oder Radiergummi oder sonst irgendetwas und ihr möchtet jetzt hier irgendwie etwas drauf malen und ihr seht, es funktioniert gar nicht, dann achtet mal bitte drauf, dass auch die Ebene, auf der ihr malen wollt oder das ausführen wollt, welches Werkzeug ihr habt, auch dementsprechend aktiviert ist. Ich habe nämlich hier unten einmal die Ebene angewählt gehabt und wenn ich die obere ausschalte, sehe ich, dass auf der unteren gemalt wurde. Also das ist ein typischer Anfängerfehler, dass nicht die Ebene aktiviert wurde, auf der ich gerade irgendetwas machen möchte. Ein zweiter Fehler ist der Radiogummi. Viele Anfänger nehmen den Radiogummi, weil es einfach und simpel ist. Einfach hier das wegradieren, was ich nicht haben möchte und dann ist es einfach weg. Das Problem an der ganzen Geschichte ist aber, wenn ihr jetzt mehrere Schritte in eurem Bild weiterarbeitet, zum Beispiel ihr möchtet, auf ein Schwarz-Weiß-Bild umschalten, dann wollt ihr irgendwie noch irgendwas anderes machen, den Kontrast zum Beispiel, indem ich hier die Tonwertkorrektur lege und den Kontrast mal ein bisschen erhöhe und so weiter und so fort. Ihr habt mehrere Schritte und jetzt stellt ihr auf einmal fest, Oh, jetzt ist aber irgendetwas passiert, ich möchte gern diesen Teil des Hintergrunds wieder zurückhaben. Was müsst ihr jetzt hier machen? Ihr müsst immer wieder STRG und Z machen. Und das müsst ihr so lange machen, bis das Bild in dem Ursprungszustand wieder zurückgestellt wurde. Und das Problem ist an der Geschichte, wenn ihr mehr als 30 Schritte gemacht habt, könnt ihr nicht wieder zum Ursprungsbild zurückgehen. Das funktioniert nicht, weil ihr nur 30 Schritte zurückgehen könnt. Ich würde euch empfehlen als Anfänger, habt keine Angst vor Masken. Masken ist euer Freund. Geht einfach hier unten auf das Masken-Symbol und klickt hier einmal drauf. Jetzt müsst ihr darauf achten, dass ihr in der Maske drin seid und in der Maske könnt ihr nur mit Schwarz und mit Weiß malen. Alles, was mit Schwarz übermalt wird, verschwindet. Alles, was mit Weiß übermalt wird, kommt wieder her. Ich nehme jetzt einmal den Pinsel und nehme mit schwarzer Farbe und jetzt kann ich das hier alles wegmachen. Und wenn ihr jetzt euer Bild weiter bearbeitet mit irgendwelchen Einstellungs-Ebenen oder irgendetwas anderes noch hinzufügen und dann stellt ihr auf einmal fest, oh, ich muss hier das und das wieder zurückholen, dann geht wieder auf das Ursprungsbild, auf die Maske, aktiviert die Maske, nehmt dann weiße Vordergrundfarbe und dann könnt ihr alles, das zurückholen, was ihr wieder braucht. Also Leute, keine Angst vor Masken haben. Kommen wir mal zum dritten Fehler, den natürlich nicht nur Anfänger passieren, sondern auch Leute, die fortgeschritten sind. Ich nehme mir zum Beispiel einen Pinsel oder ein Klonwerkzeug, Gradiergummi, egal, was auch immer. Und jetzt versuche ich hier drin zu malen. Und ihr seht, es passiert nichts. Jetzt fangt ihr an zu suchen und ihr findet eigentlich gar nichts. Woran könnte das liegen? Wir gehen mal hier unten einmal hin und schaut mal, was hier ist. Hier ist eine Auswahl. Wie auch immer diese Auswahl hier hingekommen ist, manchmal passiert es, dass da irgendwie eine Auswahl entsteht, wenn man irgendwie das falsche Werkzeug auf einmal benutzt hatte oder sonst etwas und man sieht es nicht. Wenn so etwas passiert, dass ihr dann hier auf einmal nicht malen könnt, dann geht einmal auf Auswahl und wenn hier Auswahl aufheben in schwarz dargestellt ist, dann ist hier auch eine Auswahl. Ihr könnt hier einmal draufklicken, dann ist die Auswahl verschwunden. Wenn Auswahl aufheben hier so ausgekraut ist, dann muss der Fehler an was anderem liegen, falls ihr da nicht malen könnt. Dann kann es durchaus sein, dass ihr hier einen anderen Ebenenmodus drin habt oder dass die Deckkraft eventuell auf 0 steht. Dann könnt ihr natürlich auch nicht drin malen. Und wenn ich jetzt hier die Auswahl einmal aufgehoben habe, dann kann ich auch hier drin malen. Einen weiteren Fehler, den Anfänger viel machen, wenn die jetzt zum Beispiel Anpassungsebenen nutzen. Die gehen meistens hier oben auf Bild, Anpassungen und setzen dann irgendeine Anpassung. Farbbalance zum Beispiel. Ich übertreibe das jetzt einmal hier. Und dann gehen die wieder als nächsten zum Beispiel was nehmen wir denn mal hier? Dynamik. Sättigung runter. Dynamik hoch. Okay. Und wir gehen dann zum nächsten und Tonwertkorrektur und Bild und Modus und Helligkeit und so weiter. Also ihr wisst, was ich meine. Und jetzt passt euch das alles nicht. Jetzt habt ihr das Problem, ihr müsst wieder alle Schritte zurückgehen. Ich muss jetzt immer wieder zurückgehen, bis ich zum Ausgangsbild zurückgekommen bin. Ich würde euch empfehlen, als Anfänger habt keine Angst vor Einstellungsebenen. klickt hier unten einmal drauf. Hier unten auf diesen halb schwarz, halb weißen Kreis und hier sind alle Anpassungsebenen und zum Beispiel die Tonwertkorrektur wird als eigene Ebene mit einer Maske über das Bild drüber gelegt, wenn diese Ebene sich nur auf das Untergrundbild auswirken soll. Also, wenn ihr hier zum Beispiel noch mehrere Ebenen hier drunter habt und diese Tonwertkorrektur, diese Einstellungsebene soll sich wirklich nur auf das Bild darunter auswirken lassen, dann klickt hier unten diesen kleinen Pfeil, dann wirkt sich wirklich diese Einstellungsebene nur auf dieses eine Bild aus. Und jetzt könnt ihr hier Anpassungen machen, wie es euch gefällt. Jetzt könnt ihr weitere Schritte in eurem Arbeitsprozess vollführen und wenn ihr dann irgendwann mal, sage ich mal, 30 Ebenen hier drin habt und dann seht ihr auf einmal, die Ebene hier ist doch etwas zu dunkel, ich muss sie etwas heller machen, dann geht auf diese Einstellungsebene zurück und dann könnt ihr euer Bild nochmal nachträglich korrigieren. Das nächste Problem, was viele Anfänger auch machen, die nehmen das Bild und dann gehen die auf Filter und dann nehmen die irgendwelche Filter. Nehmen wir mal hier Scharfzeichnen, ja, ich gehe auf Scharfzeichnen, dann gehe ich auf den nächsten Filter und es soll ein Pauschen hinzugefügt werden, zum Beispiel, ja, dass das ein bisschen mehr analoger wirkt und dann gehe ich hier zum Beispiel in die Filtergalerie, weil ich hier einen Effekt haben möchte, gehe auf OK und jetzt gefällt euch der Effekt oder das Bild an sich nicht. Ihr müsst wieder, wie bei den anderen Prozessen vorher immer STRG und Z machen, um die ganzen Sachen rückgängig zu machen und das ist ein riesen Problem. Wenn ihr mehrere Arbeitsschritte habt, dann gehen euch die gesamten Arbeitsprozesse, die ihr in der Zwischenzeit gemacht habt, immer wieder verloren, obwohl ihr eigentlich nur ein kleinen Detail ändern wollt. Deswegen, liebe Anfänger, auch wenn sich das kompliziert anhört, aber habt auch keine Angst vor Smart-Objekten. Macht ihr auf eurem Bild einmal einen Rechtsklick und in Smart-Objekte konvertieren. Das hat den Vorteil, dass ihr jetzt die Filter hier einmal anwenden könnt. OK. Nehmen einen neuen Filter, scharf zeichnen, noch ein Filter, was nehmen wir denn jetzt noch hier, den Rauschfilter nochmal. Und jetzt seht ihr auf einmal, ja, das Rauschen passt doch irgendwie nicht, ich will das weg haben. Dann könnt ihr vorne einmal auf das Auge draufklicken, dann ist das Rauschen verschwunden oder wenn ihr jetzt zum Beispiel den Gauschen Reichzeichner oder irgendwas anderes haben wollt, den Filter verändern, weil es irgendwie nicht wirklich zusammenpasst, dann macht hier einen Doppelklick auf diesen Filter und jetzt könnt ihr hier euren Filter noch dementsprechend anpassen. Ihr müsst nicht die ganzen Schritte rückgängig machen. Das ist der Vorteil eines Smart Objektes. Auch der Vorteil eines Smart Objektes, wenn ihr auf diesem Bild über Bild Anpassungen geht, dann werden diese Anpassungsebenen im Smart Objekt mitgespeichert. Ihr seht hier Tonwertkorrektur, dann klickt wir einmal auf OK und wenn ihr jetzt die Tonwertkorrektur noch nachträglich ändern wollt, dann einen Doppelklick da drauf und ihr könnt jetzt hier nachträglich noch Änderungen vornehmen. Ich hoffe, diese kleinen Tipps und Tricks für Anfänger haben euch geholfen. Ich wünsche euch dabei viel viel Spaß. Wir sehen und hören uns im nächsten Video wieder. Winke Winke Euer Frank